No Fab! Oder wie du in 5 Stunden zum Super Saiyajin werden kannst. So oder so ähnlich hören sich einige Videos auf YouTube an, die euch versprechen, ihr müsst nur 99 Tage die Finger von euch lassen und dann habt ihr einen Testosteronspiegel, der durch die Decke geht und damit natürlich auch ein wunderbares Muskelwachstum und so weiter und so fort. Wir gucken uns das Ganze heute mal so ein bisschen an, denn es gab zumindest 3 Studien, die mir ein YouTube-Video aufzeigen wollte, dass das Ganze genauso ist, wie es eben hier steht. Und da habe ich dann mal reingeguckt und möchte euch anhand dessen mal so ein bisschen zeigen, dass das Ganze doch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist und man da doch ein bisschen mehr Wissenschaft braucht. Das ganze Thema habe ich auch auf Patreon schon mal behandelt, ist auch schon ein halbes Jahr oder sowas her. Unterstützt mich gerne auf Patreon, da gibt es solche Themen dann auch, wie man dann vielleicht natürlich solche Tage nutzen kann. Nun gut, auf jeden Fall, die erste Studie beschäftigte sich mal so damit, dass man gesagt hat, seht her, wenn ich 7 Tage die Finger von mir lasse, dann habe ich auf einmal einen Testosteronspiegel, der geht durch die Decke. Was hat man gemacht? Man hat hier unten so ein paar Jungs genommen, die konnten sich jeden Tag die Palme wedeln, alles tutti frutti. Da hat man dann gesehen, okay, die haben so einen normalen Testosteronspiegel hier, völlig in Ordnung. Da hat man ein paar Jungs genommen, und vielleicht auch Mädels heutzutage, da hat man ein paar Jungs genommen und hat gesagt, ne, ihr lasst mal die Finger von euch, sonst wachsen euch Haare an den Händen. Und da hat man gesehen, so nach 7 Tagen, hier gibt es so einen Testosteron-Peak. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, ja, ist ja geil, dann kann ich ja an Tag 7 die ganze Zeit voll trainieren gehen, dann habe ich auf einmal einen Testosteronspiegel durch die Decke und Muskelwachstum obendrauf und alles Mögliche und hier und da. Naja, zum ersten Mal sollte man sich natürlich angucken, ist das jetzt wirklich so viel mehr, ja, dass das Ganze in irgendeiner Weise relevant ist. Weil wir sehen zum Beispiel auch hier, da muss man immer darauf achten, wenn man sich die Skala hier anguckt, die Skala geht zum Beispiel erst bei 250 Nanogramm pro Deziliter los. Das bedeutet, dass man hier das Ganze schon sehr zusammengezogen hat, ja, und absolut wäre der Unterschied dann vielleicht gar nicht mal so groß. Das bedeutet, ja, man hat hier natürlich einen kleinen Peak, aber ob das jetzt wirklich so viel mehr ist, dass sich das Ganze lohnt, sei mal wirklich dahingestellt. Da bist du wahrscheinlich mit so ein bisschen anderen Methoden schon mal zack deutlicher durch die Decke hier. Außerdem hast du ja die ersten paar Tage ja auch nochmal so ein bisschen negativ, ne, weil du wahrscheinlich nichts abkriegst, bist du frustriert und dann geht es halt mal hoch und dann ist das Ganze wieder weg. Das ganze Thema ist aber tatsächlich ein ganz normaler männlicher Periodenrhythmus. Ja, hier hat man auch nur acht Leute, das heißt, das Ganze ist natürlich dann auch immer sehr schwierig, aber auch der Mann hat seine Periode, liebe Frauen, ja, nach acht Tagen, nach sieben, acht Tagen wird er mal so richtig geil. Und die Periode, die zeichnet sich dann so ab, des Mannes, dass er tatsächlich eben auch in einem gewissen Abstand immer wieder Testosteronspiegelerhöhungen hat, zum einen abhängig von der Tageszeit und hier über die Tage, über die Wochen gesehen auch. Hier hat man das Ganze immer mal so im Abstand von 30 Tagen eben nachgeguckt und hat dann tatsächlich am Ende gesehen, ja, nach so ein paar bestimmten Tagen, da mehrt sich dann entsprechend, oder mehrt sich die Testosteronspitze. Ja, und die natürlich selber zu bestimmen, ist ein bisschen schwierig, weil man das sowieso im Blut machen müsste und dann noch viele andere Parameter mit dabei nehmen müsste. Deshalb vergesst es irgendwie, euren Rachenabstrich zu nehmen, eure Spucke zu nehmen und darin Testosteron zu bestimmen. Denn, und jetzt kommen wir auch nochmal zum nächsten Punkt, das Ganze schwankt in der Tageszeit extrem. Ist natürlich auch abhängig von verschiedenen anderen Einflussfaktoren. Habe ich vielleicht den Tag vorher nichts gegessen, Marathon gemacht oder habe ich was, was ich, mit meiner Freundin, Freund, was auch immer, zusammen irgendwie was angeguckt oder selbst gemacht. Solche Geschichten zählen natürlich immer damit einher. Es ist aber so, dass tatsächlich so am Morgen hängt vielleicht auch ein bisschen mit Cortisol und so weiter zusammen. Der Körper wird ja aktiviert, um dann irgendwann aufzustehen. Dann steigt auch der Testosteronspiegel morgen. Könnte deshalb sein, dass die Palme vielleicht schon vor dem Sonnenaufgang strahlt. Dass dann entsprechend man morgens eben als junger Mann zumindest ein bisschen geiler ist als sonst. Dann gibt sich das im Tagesverlauf. Ja, und wenn ihr jetzt abends nach Hause kommt und eure Alte nochmal um 22 Uhr pimpern wollt, dann geht da meistens relativ wenig. Kann natürlich auch daran liegen, dass dann eben der Körper in Ruhe ist, der will Ruhe haben. Dann wird Melatonin gebildet. Ihr sollt schlafen gehen und nicht pimpern. Ja, das macht ihr dann lieber morgens oder über den Tag. Bei älteren Menschen ist es so, dass das Ganze sich stabilisiert. Ja, also Testosteron sinkt halt so ab 30 Jahren langsam über das Alter. Hängt natürlich an vielen Faktoren, zum Beispiel eben auch Muskelverlust, solche Sachen. Man trainiert weniger, man wird eher übergewichtig. Solche Sachen spielen natürlich alles mit einher. Man wird natürlich auch generell sesshafter, hat vielleicht nur die gleiche Rolle den ganzen Tag vor der Augen sitzen. Die lässt sich auch gehen. Solche Geschichten, das zählt natürlich alles mit rein. Muss man natürlich auch mit Berücksichtigung. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr das auch gerne machen. Nichtsdestotrotz, diese erste Studie ist also relativ nichtsaussagend, weil das erstmal natürliche Schwankungen sein könnten. Zum Zweiten ist der Unterschied jetzt gar nicht mal so groß. Zum Dritten ist der Unterschied ja auch nur irgendwie einen Tag lang. Ja, also müsste ich ja quasi genau diesen Tag treffen, wo ich dann im Endeffekt hart trainieren würde, um das Ganze zu optimieren. Kann man vielleicht versuchen. Klar, habe ich auch in dem Patreon-Video gesagt, wer das gerne ausprobieren möchte, der kann es ja mal testen. Aber, und das ist natürlich auch ganz normal, dass das irgendwann nach einer Woche mal wieder steigt, da nun mal die männlichen Hormone dann durchkommen und der Trieb dann gestärkt wird. Das zeigt entsprechend auch eine zweite Studie hier. Und zwar hat man arme Männer, arme junge Männer, hat man dazu genötigt, hier drei Wochen sexuell abstinent zu leben. Die haben hier zehn Leute genommen. Das waren Männer eben mit Frauchen an der Seite. Und die haben zwei-, dreimal die Woche, haben sie schon ein bisschen gepimpert. Und dann hat man gesagt, nee, die eine Gruppe, die macht das jetzt nicht mehr. Die andere Gruppe darf noch. Und hat dann eben geguckt, was am Ende mit dem Testosteron und so weiter rauskommt. Wenn sie dann eben entsprechend wieder irgendwelche Filmchen gucken dürfen. So, jetzt ist die Geschichte, dass man hier das so gemacht hat. Nehmen wir mal das Testosteron. Man sieht hier jetzt in dieser Studie und das wird in diesem YouTube-Video, was euch wieder No-Fap verspricht, wird dann wieder gesagt, ja, seht her, Testosteron ist erhöht, ja, und so weiter. Ihr müsst einfach nur No-Fap machen. Wenn ich drei Wochen irgendwie die Finger von mir lasse, keine Frau angucken darf oder Sonstiges, ist es wohl logisch, dass man nach drei Wochen irgendwie dann voll geil wird, wenn man irgendwie nur ein kleines bisschen sieht. Und genauso war es nämlich auch hier. Was hat man nämlich gemacht? Man hat hier die eine Gruppe, die die Finger von sich gelassen hat und die andere Gruppe, die dann eben weitermachen durfte. Die, die die Finger von sich gelassen haben, das waren eben hier diese schwarzen, ne, oder stark pigmentierten Kästchen. Und die anderen, das waren eben die deutschen rassigen Weißen. Die haben entsprechend hier die ersten 20 Minuten haben sie eine Baseline gemacht. Das heißt, die haben sich da ein bisschen entspannt, ne, nichts gemacht. Dann, bei 30 Minuten, haben sie sich ein kleines Schmuddelfilmchen angucken dürfen. Bei 40 haben sie sich dann die Palme gewedelt und danach ging der Testo-Wert wieder runter. So. Erstmal ganz interessant, dass er gar nicht mal so stark runter geht. Ein bisschen geht er runter, geht halt auf das runter, wo er vorher im Endeffekt war. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass dann Sex euch irgendwie den Testosteronspiegel in den Keller haut. Nichtsdestotrotz hat man jetzt gesagt, weil man jetzt am Anfang hier in den ersten 10 Minuten gar keinen Unterschied sieht, wo die eben reinkommen, ähm, ja, ist alles okay, setzt euch mal hin und so weiter, ne. Aber jetzt bei 20 Minuten sieht man ja eigentlich schon einen deutlicheren Unterschied. Da würde man jetzt sagen, ja, eigentlich ganz cool, ne. Aber es ist so, dass das so begründet wird, dass alleine schon, dass man jetzt weiß, dass man sich gleich ein Schmuddelfilmchen anguckt, dass das natürlich den Testosteronspiegel, äh, schon mal deutlicher in die Höhe treibt. Deshalb ist er eben auch hier während dieser Phase, wo sie dann eben getestet wurden, höher. Das Ganze dauert auch nur 60 Minuten. Wir wissen nicht, was vorher war den ganzen Tag, die Tage vorher war, wie sich das da entwickelt hat. Wir wissen auch nicht, wie sich das dann nachentwickelt hat. Die sind mit Sicherheit auch wieder, wenn sie dann eben wieder knattern durften, auf einen Spiegel gekommen, der eben wie der andere ist, also völlig normal. Der Unterschied ist hier auch nicht so riesig mega groß, ja, also hier auch, wie gesagt, sehr vorsichtig. Auch, ähm, unten steht es natürlich ganz klar drin, dass alleine die, äh, Antizipation, die sie eben haben dann, dass sie gleich ein Schmuddelfilmchen gucken dürfen, dass das entsprechend die Lust gesteigert hat. Das heißt, wenn man natürlich auch ein paar Tage die Finger mal von sich lässt, ja, und seine Alte dann mal bedient, dann ist es so, dass man endlich mal wieder Lust auf die hat. Also das wäre zumindest ein Tipp, den man für Männer aus diesen ganzen Studien mitgeben kann. Wenn ihr irgendwie mal keine Lust mehr auf eure Alte habt, dann lasst einfach mal die Finger von euch oder Sonstiges und dann habt ihr auch wieder irgendwann Lust. Ja, so ist es nun mal. Man sollte vielleicht nicht jeden Tag die ganze Zeit immer, weil sonst stumpft man eben auch irgendwie ab. Das ist nun mal Fakt, das ist bei jeder, äh, Sache so, die man irgendwo sieht und macht, ne, Dopamin spielt da eine Rolle, solche Geschichten, aber auch Hormonspiegel, denn es ist ja so, dass wir da eine bestimmte Erwartung haben, endlich mal wieder ein Orgasmus nach drei Wochen, da ist es natürlich klar, dass die Hormone dann auch durch die Decke gehen. Also, so kann man das Ganze eben hier, ähm, interpretieren und so steht es da natürlich dann auch. Was man jetzt nicht sagen kann, ist eben das, was viele euch da draußen mit NoFap anhand dieser drei Studien eben hier immer versprechen, dass ihr, wenn ihr die Finger von euch lasst, dann geht euer Testosteronspiegel durch die Decke und so weiter. Ja, wann genau, ja, wie hoch geht der durch die Decke, wie lange bleibt das durch die Decke gehen so und ist das überhaupt auf Dauer relevant oder nur eben für den Zeitpunkt, wo ich mir dann eben einen Film angucke oder sonstiges, dann ist er natürlich höher, aber es ist ja nicht so, dass ich irgendwie mir ein Porno angucke im Fitnessstudio und gleichzeitig Krafttraining mache. Das wäre wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, die man hier machen könnte. Mal lasst die Finger von euch, zwei Wochen, guckt euch dann im Fitnessstudio die ganze Zeit ein Porno an, dann habt ihr tatsächlich eine natürliche Testosteronerhöhung. Das könnte sein, könnte aber auch sein, dass ihr dann entsprechend im Fitnessstudio die Hand zwischen den Beinen auflegen könnt. Vielleicht nicht so cool, aber trotzdem ganz interessant. Ja, ob das Ganze jetzt wirklich etwas bringt für den Testosteronspiegel auf Dauer und für den Muskelaufbau und solche Geschichten, wage ich anhand dieser drei Sachen hier zumindest völlig zu bezweifeln. Wenn ihr bessere Sachen habt, dann schickt es gerne unten in die Kommentare, schickt es mir per E-Mail oder wie auch immer, dann schaue ich mir das auch noch an. Zumindest an den Sachen kann man das nicht sagen. Dementsprechend zieht aus diesen Sachen raus, was ihr wollt. Probiert es einmal aus. Mit den Sachen, die hier gezeigt werden, gehe ich ja mit, so nach sieben Tagen oder so, könntet ihr extrem geil sein. Also vor dem nächsten Swingerclubbesuch oder so, vielleicht mal sieben Tage die Finger lassen. Und entsprechend in der Beziehung könnte man sowas auch mal nutzen. Wenn ihr derjenige seid, der vielleicht die ganze Zeit lieber selber Hand anlegt, anstatt an seiner Frau einfach mal die Finger von sich lassen, dann funktioniert es auch wieder mit der Partnerin und solche Geschichten, könnte man dann vielleicht als Tipp mit rausnehmen. Aber alles andere ist dann eher Voodoo und noch nicht ganz wirklich belegt. Also das war es damit. Ich hoffe, euch hat das interessiert. Gebt einen Daumen nach oben, gebt einen Ständer nach oben, kommentiert unten rein und ansonsten teilt auch gerne dieses Video und unterstützt gerne auf Patreon, denn durch die Patreon-Unterstützer werden solche Videos für euch natürlich auch ermöglicht. Also bis dann und tschüss. Dieses Video wird präsentiert von poke.com, deiner Internetadresse für höchst individuelle und professionelle Ernährungspläne und Coachings.